um büchen zu sammeln in freundlich ist wieder auf vier verfahren und willkommen zurück zu so gut waren drei und ja ich heiße euch denn dann mal wieder herzlich willkommen so wir waren zuletzt so stehen geblieben um nachdem ich die flucht gegriffen habe von geist weil er noch zu stark ist habe ich mich erst mal verduftet aber das war bevor ich die questplatte macht da unten links sind zwei dinge hier die mache ich mal eben reiten wir direkt mal hin ich kann den weg hier reiten die krisen ach ja dann sind wir mal also ich werde echt um den geistigen von markt töten wenn ich so ungefähr weiß ja okay jetzt müsste es vom level her passen alles und so okay das springt von allein das finde ich gut ähm ne und wie gesagt weil ich sag mal so ich hatte auch keine bomben alles und der war ja empfindlich gegen bomben und so ich muss mal gucken dass ich mal so ein paar sachen kaufe und beziehungsweise auch mal sachen herstelle ein stall schwert bam erst mal den boah boah das war richtig übertrieben aus dass er kopflose hannes der kopflose hannes ich weiß gerade einer hannes heißt tut mir leid ist nicht so gemeint nützliches etwas alles klauen ja einfach nur geil kurzen bratapfel essen so das lager haben wir dann auch beseitigt karte so kurz hier markieren und ich da direkt ohne probleme hinlatschen kann so wenn ich offen mich mal nicht auf dem weg reiten nein schön durch künft künft egaler Charakter, ich guck mal ganz kurz Ey, das ist cool, ey Jetzt hab ich hier einen Fertigkeitspunkt Wie geil ist das denn? Was ist denn ein Mutagen? Ach so Okay Ich denke mal, das wird man sich dann Wo ich letztes Mal schon drauf angesprochen hatte Ich denke mal, das wird man im Laufe der Spielzeit Bekommen Genau, das würde ich mal als Ach scheiße, geht nicht, ne? Ah doch Ich hab nur A gedrückt anstatt X Yeah, nice Läuft Was ist das? Ich glaub, Stufe 4 freigeschaltet Stufe 8, Stufe 6, Stufe 10 Okay Das haben sie aber echt geil gemacht So, dass man hier so Super Einfach nur super Ähm, genau Die Weltkarte Ähm Okay, hier ist ja jetzt so weit und breit Sag ich mal Nichts Dann reiten wir da einfach mal Dahin Querbeet durch den Wald Go, go Oh Alles gut Ich spring einfach da runter, passiert nichts Ja Dann rennt er durch den Wald Mit seinem Aber ich finde das gut, dass er so die Bäume so Ausweicht Ein Bär Ein Bär Nimm das ganz ruhig was kurz regenerieren nimm das ja weiß nicht so schlimm aber der ist fast down leute jawohl ich hab den was ein kampf war alter falter cool man kann sogar mehrere zeichen aktiv halten das finde ich mal richtig geil dass das nicht sozusagen ich sag jetzt mal überschrieben wird aber ich werde direkt mal meine Fähigkeiten ich werde die direkt aktuell halten direkt weitermachen beim zielen ach so ja ich habe hier noch keine ach komm ich mach jetzt mal hier die Fähigkeit weiter aber leider noch nicht so wirklich hier freigeschaltet deswegen ist gelicht das lieber erstmal hoch dann mache ich auch wieder mehr schaden im schnellen gang und also also beim schnell schläge so genau jetzt gehe ich mal dahin das das ist nur ein bär gewesen da kann ich Ach komm, spring doch da rüber. Aber jetzt ohne Scheiß, ich hab das ja schon oft wiederholt, aber echt, das Spiel ist total gelungen, also ist echt dermaßen geil. Daaaah! Oh, ja, war aber jetzt kritisch. Puh, hab ich das scheiß Vieh ja noch soeben getroffen. Egal, alles gut, alles gut, alles gut. Ach so, ich brauch nur noch einmal drücken, ich halt halt immer gedrückt, eigentlich. Aber der Schlitter war grad richtig präzise, habt ihr das gesehen, ey? Ich hab den direkt hier so seinen Bauch aufgeschlitzt, ey. Da. Boah. Alter. Wo ist der? Ah, egal, Arschling. Aber egal, wer etwa, hauptsache die sind tot, die Viecher. Wie viel Sachen hier drin liegen, ey. Wir setzen einfach hier das gute Zeugs drum liegen. Vielleicht ist halt irgendwie was bei, was ich nutzen kann. Aber ich glaub nicht, so wie es aussieht. Aber ich muss mal Sachen verkaufen, ey. Sonst ist mein Rucksack demnächst voll. Kann man hier ja gut trinken, Brot und so. Das kann ich ja ruhig weiter aufheben, dann ist ja nicht so schlimm. Man sollte immer was bei haben. Alchemie-Zoys hab ich auch hier, was ist das? Andere Gegenstelle zum Handfech. Okay. Aldi. Ne, Fernkampf hab ich echt noch nichts. Gut. Ja, wir haben zwar ne Scheiß-Hofen-Forum, aber egal. Wenigstens haben wir dann wieder was zum Verkaufen. Das ist eigentlich auch wichtig, sag ich mal, dass wir Geld, also dass wir halt Geld kriegen. Ich reite lieber da hinten über die Brücke. Ich glaub nicht, dass das vielleicht werden kann. Also, sag mal so, ich hab's nicht ausprobiert, aber ich will's noch nicht unbedingt ausprobieren, weil ich denk mal nicht, dass die das dann mit reingebaut haben. Was ich jetzt aber persönlich nicht allzu schlimm finde. Mein Gott, man kann auch mal ein bisschen laufen und die Welt erkunden. Und, ja. Ich muss gucken, dass ich, äh, ich muss aufpassen, dass sie mich nicht erwischen, die Schweine. Haha. Ja, gut getötet. Aua. Jetzt bist du dran, du Arschgesicht. Boah. Schön in Slowmotion hier. Aber ich finde das nicht viel cool, dass man da so... Ja, ich sag mal so, der ist ja auch nicht wirklich ein Mensch, ne. Der, äh, dass er einfach hier so rohe, so eine rohe Wollsleber fressen kann. Und ich dachte immer so vorher so, okay, vielleicht muss man das irgendwie eventuell braten oder so. Bevor man das in sich nimmt, also zu sich nimmt. Aber ich glaub, da lache ich wohl falsch. Okay, Handschuhe. Die schau ich mir gleich direkt mal an. Ja, aber wie gesagt, ich finde das, ähm, persönlich jetzt nicht so schlimm, dass man halt die Sachen nicht jetzt hier irgendwie, ähm, jetzt unbedingt braten muss, um zu essen. Finde ich sogar eigentlich am besten. Weil da spart man sich dieses Ganze hin und her geladen zum Lager, aber... Also, ich sag mal so, was man vielleicht hätte machen können, ist, ähm, wenn du das roh frisst, bekommst du, ich sag jetzt mal irgendwie 100, äh, 100 live zurück. Und wenn du das gebraten hast, dann vielleicht, was weiß ich, immer so das Doppelte quasi. Irgendwie so 200 oder 250, so. Also, wirklich vielleicht eine gute Maßnahme, aber... Naja, ich lass's, also, ich bin auch damit so zufrieden. Mal, wir wollen mal ins Inventar, wie wir hier Handschuhe bekommen. Und die sind sogar besser als unsere Standard-Handschuhe, das ist sehr schön. Gut. Ja, dann wollen wir mal wieder auf Plätze hier. Hat ein Name, ey, Plätze. So, äh... Ich erkunde, ich erkunde, ich erkunde, okay, bla 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 bla. Gut. Ähm, dann würde ich mal sagen... Mache ich jetzt die zwei hier noch. Und dann gehen wir mal zur Quest, ähm... Äh, also, beziehungsweise mache ich mal die Quest weiter. Dass wir auch da nicht den, äh... Hier den, ähm... Faden verlieren. Aber für mich ist auch sowas wichtig, um halt nebenbei Erfahrungsmitte zu sammeln, um halt auch da stärker zu werden. Weil das bringt ja nichts, wenn wir uns wirklich nur auf die Quests konzentrieren und dann hinterher total schwach sind. Und ich dann überhaupt keine Chance habe, irgendwie... Lauf ich überhaupt richtig? Äh, hier überhaupt eine Chance habe... Ne, ich glaube nicht richtig. Die, äh... Zu besiegen, weil... Ja. Scheiße, komm ich jetzt hier hoch? Ach, stell nicht so an. Hallo. Ja, ist ja gut, ich gehe. Achso, damit das Pferd. Ja, bleibt in den Baum stecken. Nice. Nicht so schnell, Roach. Jetzt will ich mal wissen, wie ich hier hochkomme. Oh man, ey, schwere Geburt hier wieder, ey. Ne, kann ich vergessen. Ah, egal. Daraus lernt man, muss ich halt links lang. Ach, Junge, ey. Ein bisschen schneller. Erstmal so, man sollte auch nicht durch den Wald so durchrennen, wie so ein Geistesgeschirrten. Hier ist ja auch ein Weg und ich denke mal, der führt jetzt in die Stadt rein. Ah, okay, hier bin ich ja gerade hergeritten. Okay. Ich werde mal hier lang reiten. Nein, nicht absteigen. So. Okay, hier sind wir wieder. Wo ich das letzte Mal auch die eine hier getötet hatte. So. Nimm noch auf, wenn ich A drücke. So. Gut, er hat kein Life verloren. Das ist mal ein Wunder. Verliert er schon live, wenn ich den Berg angucke? Oh, da war meine Weine. Eine Kiste. Ist da was drin? Egal, einfach mal mitnehmen. Schweinehaut, damit kann ich bestimmt... Bam, bam. Äh. Ja. Und nehm. Boah. Boah. Alter Schwede. Boah, das war jetzt mal eine richtig gute Nahaufnahme. Da rollt der Kopf vor sich hin. Boah, Alter, ey. Ich bin froh, dass Deutschland das Spiel lang cut gelassen hat. Denn die sind ja eigentlich sonst mal... Oh, nee, das Spiel muss zensiert werden. Oh. Ich bin ja absolut überhaupt nicht der Fan davon, dass die Spiele so zensiert werden. Ich finde das eigentlich total eine Schweinerei. Weil, ich sag mal so, ich zahle... Ich zahle jetzt mal angenommen 60 Euro für ein Spiel, ne? Ähm. Bekomme aber dann nur die Hälfte davon zu sehen. Und dafür gebe ich keine 60 Euro aus. Deswegen hole ich mir mittlerweile... Mittlerweile die Spiele aus dem Ausland halt, so hier Österreich. Aber ich denke mal, das machen ja auch mehrere. Wenn ich eh nicht eins ist, das weiß ich selber. Aber, äh. Und dann wundert sich Deutschen. Oh, ja. Unsere Wirtschaft, die geht so in den Arsch. Also, das ist ja mal so, jetzt mal ohne Scheiß. Aber Spiele beeinflussen schon den Markt. Finde ich jetzt jedenfalls. Go, go. Da es halt überall auf der ganzen Welt sehr viele Zocker gibt. Und, ähm. Also, es ist jetzt halt... Es ist halt meine Meinung. Ach du Scheiße. Ja, und, äh. Ja. Und das ist dann natürlich halt immer eine Schweinerei, das wie dann halt... Einen Moment. Monsternest hat zum Zerstören eines Monstern...